Guten Tag, mein Name ist Sascha Rabeu und ich höre aus Banken, dass sie systematisch Filialen schließen. Banken und Sparkassen schließen. Filialen bieten nur noch Bargeldversorgung, aber keine Beratung mehr. Ja, das ist ein Vorbote davor, dass es möglicherweise in Zukunft sowieso keine Filialen, sondern nur noch Niederlassungen in den großen Städten geben wird. Also insofern, die Menschen müssen oder dürfen sich mittlerweile ein bisschen daran gewöhnen. Ich kann dazu sagen, ich bin für Beratung und mein Team ist für Beratung für Sie da, telefonisch, per Videokonferenz und auch persönlich. Wir können alle entsprechende Vorsichtsmaßnahmen machen. Wir gehen sehr respektvoll mit dem Coronavirus um und wir sind für unsere Kunden da. Ja, das ist eine wichtige Nachricht. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.